Vor dem alten Gestatt der Restaurante Terras, am Hochstand des Kameratiens. Sie haben die Tages im Kasten, so schön wie voriges Jahr. Und Sie können natürlich auch diese Kabine. Wir haben uns auf der Homepage Hütengarten ansehen, anhören. Und dann können Sie die komplett antiken. Wahrscheinlich noch nicht, da man in den Wagen jetzt geht. Wenn okay, dann kann man mal eine die Lage in sich. Das war der nächste Wunder. So, in Anmarsch ist die nächste Kabinein. Die Dachgebäde Dunckersdorf. Zu der anderen Stufe D, was hier rein mit dem St. Grafbach. Die Dachgebäde Dunckersdorf, das war der erste Jahr am Start der Referenz der Welt an. Auch eine gute Idee der Dachgebäde. Ich würde auch mal wissen, wir haben hier ein Körbungsfest. Hat die Feinigung mit der Luzik-Klausel öffnet. Und da geht es um zu sein, die Dachgebäde von Kassiak. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.